Schätze Gäste vom heutigen Abend, auch wir von den Kölfrischbüben bieten euch etwas Gutes tun in dieser schwierigen Zeit. Die Corona-Krise überwinden wir alle, wie wir schon anders überwunden haben. Wir sind eine junge Formation aus dem Kanton Thurgau mit Appenzeller Wurzeln. Links von mir am Schweizer Räger liegt Philipp Manser, rechts von mir am Schweizer Räger liegt Ramon Manser. In der goldigen Mitte, wenn ich das so schön darf sagen, sehen wir ihn als Schäfli am Pass. Es ist so, wir haben den Aufruf gesehen von Nicolas Sen im Facebook und wir haben gesehen, dass er sich freuen würde und denken auch, ihr würdet euch freuen über ein kleines Video von einer Probe vom Samstag Nachmittag von uns. Wir danken euch, wir wünschen euch gute Gesundheit und viel Glück in dieser schwierigen Zeit. Danke vielmals. Buh, 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 buh! Buh, buh, buh. Buh, 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 buh. Buh, buh, buh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020